Musikkabelle Fertig machen zum Antreten. Sie marschieren mit dem 47er Regimentsmarsch ein. Dann kommt ein Samba. Musik. Zug. Kölnerei. Sie haben nie gesehen. Spielt es Österreich in Deutschland. Und die Europa. Wie geht das Spiel Österreich Deutschland aus? Natürlich sind wir hier vorne, oder? Dann hören wir noch mal den Samba und dann erfolgt schon wieder der Ausmarsch. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Wir begrüßen nun die beiden Nationalmannschaften Österreich und Deutschland. Applaus 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 Wir sind sieben Ruhm, wir sind um die Halbzuseinlage mit der BN aus der Ruhrland. Und Österreich mit Unterstützung jeder Fans fast in der Halbzeitpause neuen Mood und kommt motiviert mit Hochquimmers immer wieder auf dem Platz. 1-2-1, es bleibt uns spannend, auf drei Noten zu spielen. 1-2-1, es bleibt uns spannend, auf drei Noten zu spielen. Und da ist der Schlusspunkt, der Sensationell. 1-2-1 für Österreich. Was für ein Spiel, was für eine Spannung bis zur letzten Minute. 1-2-1, es bleibt uns spannend, auf drei Noten zu spielen. 2-1-1, es bleibt uns après impressions. 3-2-1, es bleibt uns spannend, auf drei Noten zu spielen. Applaus 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 All right.